Ich war gerade bei Save and I do, ich besuchen und, äh, ja, also so, ne, der kommt nicht mehr aus, Mannheim, das gefällt mir sehr gut. Ist auch die geilste Stadt, hier spiele ich am liebsten Schiffererseck, B7, 4, 8, 3, 6, 12, 18, ihr habt einfach keine Namensschilder, das gefällt mir, aber ja, Blinzert, das gefällt mir auch sehr gut. Und ein relativ enger Einfahrer, damit ist nicht Daniela Katzenberger gemeint. So, ich, ich finde aber auch, irgendwie gehören doch auch boygroups in die 90er Augen. I knew it! I knew it! I knew it! I knew it! Woo! Das Streams back!